Meine lieben Schwestern, meine lieben Brüder, vielleicht ist es eine der eingängigsten Ostererzählungen, die wir in der Evangelien finden, dieses Emmaus-Evangelium, das wir immer am Ostermontag, dem nächsten Tag, dem zweiten Tag der Osteroktav hören. Wie dieser Unbekannte sich zu den beiden Jüngern gesellt und sie ihn nicht erkennen, das ist ja alles überaus merkwürdig. Sie gehen miteinander selbst in der Trauer, sie haben irgendetwas gehört von Frauen, ein Gerücht. Das ist eigentlich unsere Situation. Ostern, irgendwas war da. Genau wissen wir das jetzt gar nicht so. Das ist ja eine merkwürdige Beobachtung, die wir gerade in diesem Jahr auch machen. Auf der einen Seite werden permanent die christlichen Werte beschworen, auch von Leuten, wo man dann denkt, wissen die, wie man das schreibt? Ich schweige denn davon zu wissen, was das denn ist. Die christlichen Werte werden beschworen und etwa nicht ganz so weit von uns, findet am Karfreitag ein Kar-Friday statt, auf dem Nürburgring, also ein Autofreitag. Am Samstag, in der heiligsten Nacht der Christenheit, ein Länderspiel. Ach ja, so kleinlich darf man ja jetzt auch nicht sein, oder? Also so viel zu den christlichen Werten. Und diejenigen, die mit ihren Plakaten das christliche Abendland verteidigen, die würde ich gerne mal fragen, ob sie das Triduum mitgefeiert haben. Ob einer von diesen Plakathaltern in der Osternacht war, damit sie wissen, was christlicher Wert ist. Christlicher Wert ist christliche Praxis, sonst ist es wertlos. Was ist die christliche Praxis, die österliche Praxis der Christen, die uns aus diesem Evangelium entgegenkommt? Das Erste ist, dass man beieinander ist. Der erste christliche Wert ist nicht das, dass ich mit mir selber bin und wenn ich Glück habe, auch mit dem lieben Gott und dann handeln wir irgendwie etwas aus, bei allem, was im Leben so vorfällt, dass ich am Schluss auch in den Himmel komme. Das ist Egoismus, aber nicht Christentum. Das hat mit Christentum nicht so viel zu tun. Christentum heißt, Gemeinschaft zu haben. Als Gemeinschaft zu leben, als Gemeinschaft zu glauben. Ich weiß, wir als Deutsche sind leider Gottes und Gott sei Dank gibt es ja auch andere Zeitgenossen unter uns und die tun uns gut, weil wir immer ein bisschen unterkühlt sind. Man hat den Eindruck, wir leben noch die alten römischen Vorurteile. Alles, was jenseits der Alpen ist, ist ein wenig kalt und neblig und sie leben in einem dunklen Wald und sie benehmen sich auch so. Schauen Sie mal, wenn Sie die Gelegenheit haben, Christen an, wie sie Ostern feiern, etwa im Orient oder in Griechenland, wenn doch das Osterevangelium verkündet wird. Anschließend ruft man sich zu, Christus ist auferstanden und man küsst sich und niemand geht nach Hause, sondern alle feiern zusammen. Jeder trägt sein kleines Osterlicht nach Hause, dass es für mich hell ist und dann ist frohe Ostern. Gute Nacht auch. Wir machen Ostern, liebe Schwestern und Brüder, zu einer Sache des Kopfes. Weshalb es bei uns ja auch nicht mehr funktioniert. Das ist unser Problem. Wir sagen, wir müssen Ostern verstehen. Wir müssen es so verstehen, dass Jesus auferstanden ist. Und das ist ja auch nicht ganz einfach. Als müssten wir sozusagen vier theologische Seminare besucht haben, um eine Ahnung davon zu haben, dann wären wir heute aufgeschmissen. Wir säßen alle nicht hier, es gäbe keine Christen auf der Welt. Niemand von den Aposteln hat auch nur ein einziges theologisches Seminar besucht, hat kein Zeugnis, wahrscheinlich noch nicht einmal einen Hauptschulabschluss. Das sind die Väter im Glauben und die Mütter. Das muss uns bewusst sein, damit wir ein wenig uns annähern an das, was Ostern meint und unseren Weg suchen, wie wir Ostern nicht nur darüber reden und Werte einklagen, sondern wir Ostern erfahren. Diese beiden Jünger, die da unterwegs sind, haben es zumindest gespürt, dass der, dem sie danach gegangen sind, drei Jahre ungefähr, dem sie ihr Leben verschrieben haben, dass der irgendwie meint, dass man sich nicht alleine lassen soll. Deshalb sind sie zu zweit. Vielleicht erinnern sie sich daran, dass Jesus sie auch nicht alleine ausgesandt hat, sondern zu zweit. Er sandte sie aus, zwei und zwei zusammen. Niemals sendet Jesus einen alleine aus. Und immerhin da sind sie seinem Wort noch gehorsam, auf dem Weg weg vom Geschehen. Was bleibt übrig von den drei Jahren, die sie ihn erlebt haben? In seiner Lehre, er hat Wunder getan, er hat Tote auferweckt. Mein Gott, kann man mehr erleben, würden wir sagen. Was übrig bleibt, ist das, was heute bei uns bestenfalls übrig bleibt, auch nach all den Theologen oder gerade nach all den theologischen Seminaren? Er war ein Prophet. Ach, wunderbar. Einer der großen Männer, sagen wir so. Einer der großen Lehrer der Menschheit. Und dann kommen dann diese Werte wieder. Gerechtigkeit, Liebe, Tralala. Es bleibt nicht viel. Und mühsam, ganz mühsam hat es dieser Auferstandene, dieser Unbekannte, denen beizubringen, die sich seine Jünger nennen oder zumindest bis vor drei Tagen genannt haben, ihnen zu erklären, was das denn bedeutet. Was es bedeutet, Jünger Jesu zu sein. Er weist sie hin auf die Heilige Schrift. Wir haben, wahrscheinlich gibt es keine Ecke im Kirchenjahr, da wir, wenn wir die ganze Osterfeier so mitmachen, wo wir so viele Lesungen aus der Heiligen Schrift hören. Denken wir an die Osternacht oder auch an die Tagzeiten, etwa an den Trauermitteln. Lange Lesungen, viele Lesungen, viele Psalmen. Das ist nicht so zu sagen, damit uns mit Verlaub gesagt am Schluss der Hintern brennt oder die Knie wehtun, weil wir so lange Lesungen hören müssen. Sondern es ist, damit wir verstehen, wer der ist, der Auferstandene. Jesus sagt dasselbe einmal. Denn von mir reden alle diese Schriften, die Psalmen, alle diese langen Lesungen. Wir haben uns das abgewöhnt, sie so zu hören, weil uns die Alttestamentler seit einem halben Jahrhundert sagen, oh, das ist ein Fehler, dass die Christen sagen, die Heilige Schrift erfüllt sich in Christus. Wir können natürlich nicht sagen, dass die Heiligen Schriften des Alten Testamentes nur dazu geschrieben sind, um von Christus zu reden. Aber für uns als Christen ist es ein Auftrag, sie so zu lesen, sie so zu verstehen, weil es der Auferstandene selber hier als der Unbekannte auf dem Weg nach Emmaus sagt. Habt ihr das nicht gelesen? Und er weist die Jünger auf etwas sehr Schwieriges hin, das uns bis heute schwierig erscheint, dass dieser Messias, dieser angebliche Prophet, der Gesalbte, der Sohn Gottes, leiden muss. Denn das steht in den Schriften. Vielleicht wollen wir sie deshalb nicht mehr so gerne haben. Das ist dort geschrieben. Wir hatten den erwartet, der Israel erlöst. Nicht nur Israel, die ganze Welt erlöst. Aber um welchen Preis? Wie? Um den Preis des Leidens. Um den Preis des Kreuzes. Um den Preis der Hingabe. Des Sichtverteilens. Denn das ist echte Liebe, die wir auch so oft wie die Werte in den Mund nehmen. Und solange wir nicht anfangen, uns selber zu teilen, uns selber zu verteilen, uns selber ausgießen zu lassen, wissen wir gar nicht, wovon wir reden. Wir erfahren es nicht. Es ist wie immer ein kleines Seminar im Kopf für Fortgeschrittene. Okay. Und dann kriegen wir am Schluss ein Zeugnis, auf dem steht zwei Minus. Ist doch auch was. Das ist aber nicht christliches Leben, liebe Schwestern und Brüder. Christliches Leben geht an die Substanz. Und es wäre schön, wenn sich das ein wenig fortsetzt. Wir sind ja hier sozusagen hier im Kloster am Rande der Stadt, findet ja immer eine Gemeinde auch zusammen, die nicht institutionalisiert ist wie eine Pfarrei. Und es wäre schön, wenn wir noch mehr lernten, auch aneinander Anteil zu nehmen. Ich finde das gut, dass das hier zum Beispiel bei unseren jungen Leuten schon teilweise ganz gut klappt. Die verabreden sich dann auch. Zuerst ministrieren die nur zusammen und plötzlich sitzen sie zum Ostermal gemeinsam. Schön. Es ist ein Beginn. Es ist eigentlich ein kleiner Beginn dessen, was hier Jesus uns in diesem Evangelium heute sagen will. Wir können es nicht allein darauf reduzieren. Sagen wir, wir sind schon ganz toll, wenn wir zusammen Ostermal halten. Das ist zu wenig. Nein, wir sollen diesen Auferstandenen wirklich verstehen lernen. Verstehen lernen, auch wenn wir ihn nicht sehen. Sie erkennen ihn, aber sie sehen ihn nicht. Im gleichen Satz schreibt der Evangelist Lukas diese merkwürdige Erfahrung auf, dass sich Christus selber hinterlässt in seinem Wort und im Sakrament der Eucharistie. Das ist sein Vermächtnis und zugleich der Ort der Begegnung mit ihm. Auferstehung und Ostern, liebe Schwestern und Brüder, ist kein abstraktes theoretisches Thema. Es ist eine Lebenspraxis, in die wir tiefer hineinfinden müssen, die auch nicht plötzlich dann entsteht, weil vom Kalender her Ostern ist, sondern die einen Weg voraussetzt mit all den Fragen. Ob uns das bewusst wird, wenn uns jemand fragt und sei es ein Muslim, die Menschen, die mit uns hier auf der Straße wohnen, was macht ihr da eigentlich? Was feierst du da gerade? Können wir Auskunft geben? Können wir etwas davon sagen, was uns vielleicht erfüllt und was wir wirklich feiern? Oder sagen wir einfach, es ist Ostern, sie kann mal im Kalender lesen. Das hätte auch im Internet nachschauen können. Aber zu teilen, um dadurch möglicherweise Menschen zu gewinnen, nicht indem wir über die Straße ziehen und sagen, ihr müsst euch alle taufen lassen, sonst kommt ihr in die Hölle, sondern den Auferstandenen zu teilen, wie er es selber in der Eucharistie tut, wie er es in seinem Wort tut. Das muss mehr und mehr, liebe Schwestern und Brüder, unsere Lebenspraxis werden, damit wir wirklich Ostern feiern können und dem Auferstandenen begegnen.